Ja, hallo allerseits heute am Sonntagabend, 23 Oktober, 22 Oktober, ein Glück, dass die Regenzeit vorbei ist, sonst wäre ich ja vielleicht heute danach geworden. Ja, Spaß beiseite, ich war in Jompion, hab's da abends dünner gehabt und als die Blitze zuckten, bin ich dann mal losgefahren, hab's allerdings nur mit dem Kautalo geschafft hier, zum Glück ist hier eine Rotterie, also eine Waschstation und wie man sieht, es schüttet wie verrückt hier, die Ritter rundherum. Und ich denke mal, einige Minuten und dann ist die Kautalo hier wieder ein Eis in der Wacht. Aber zum Glück, wie gesagt, die Waschstation hier, da kann man sich gut unterstellen und die Zeit verbringen, dass uns die nächste Füße hier unterstellen wird. Ja, Regenzeit vorbei, seit 10 Oktober, aber wenigstens noch da oben. Und dann kommen wir noch mit den Kautalo hier, das ist eine Begräber, das ist eine Begräber. Jetzt sind wir noch mit den Kautalo hier, aber das ist eine Begräber, das ist eine Begräber. Und dann können wir noch mit den Kautalo hier, wenn wir wieder einmal sehen, dass wir noch da oben sehen, das ist ein paar Mal sehen. Und jetzt geht es um. Liefer-Moppers von Grab und Co und alle unterwegs, die müssen ja die ersten Anwandern bringen. Ja, also dann mal den schönen Rest Sonntag euch allen, wo immer ihr auch gleich, hier aus Kauterloh.